Appel entlang des Saubachls. Bei der ersten Gabelung beginnt die Rundfahrt. Materl mit Rastblatt. Steile Auffahrt entlang des Saubachls. Platt. 65 Wackelstein Abzweigung vom Saubachl vor einem Schranken Abzweigung Wackelstein in der ehemaligen Schottergrube Königwald Abzweihengst Abzweiger Abzweig Abzweig Abzweiger 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 Abfahrt zu den Teichen Abfahrt Königwald Der Pfaffenstegteich Abfahrt Königwald Am Zufluss des Pfaffenstegteichs gibt es eine schöne Sumpflandschaft Der Schlesinger Teich mit Badeplätzen Fleißig, fleißig Ja Ja Bernkopf und Weinsberger Wald Abzweigung am Ortsende von Bernkopf bei dem Haus mit dem kuppelförmigen Dach Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aussichtsplattform mit Blick auf Bernkopf Bei der großen Wegekreuzung mit der Hütte Oder den mittleren Karrenweg nehmen Fahrt durch den Weinsberger Wald Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An der Kreuzung in der Nähe der Weinsbergwiese, gerade in den Wald Brücke über die große Ispa An der Kreuzung mit der Landesstraße L82 vorerst links halten Und nach der Kreuzung in den Wald fahren Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Brücke über die große Ispa, welche in die Ispa-Klam fließt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Karrenweg. Karrenweg kann bleiben. Karrenweg. 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 Vielen Dank. Gutenbrunn und steiler Downhill. In Gutenbrunn zuerst die Hauptstraße queren. Und dann scharf rechts abbiegen. Vielen Dank. Der Öthof Wiesenweg und steiler auf den Weg. Die steile Waldabfahrt nach Ried. Untertitelung des ZDF, 2020 Am Ende des rasanten Downhills rechts in die Riederstraße einbiegen. Zufahrt zum Sinkelklafterbach Links in den 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 Sinkelklaft links innex Vanessa Links in den Sinkelklaft Los 4 Brücke über den Klaften. Fahrt zur Ispaglam. Nach sieben Türfting verlassen wir die Ispaglam Strecke bei einem Materl. In Pichl gerade hinter dem Haus in den Singli nach Wien. Die Ispaglam Strecke bei einem Klaften. Am Singli Ende 5 Meter Stufenfahrt oder Schieben beim Haus in Wien. Die Ispaglam Strecke bei einem Klaften. Die Ispaglam Strecke bei einem Klaften. Die Ispaglam Strecke bei einem Klaften.